So, herzlich willkommen zu einer Runde Hearthstone, bei ganz was anderes als Minecraft. Hallo. Hallo. Ich spiele jetzt gegen den Crow. Ich spiele das jetzt auch noch nicht so lange wie er. Er hat auch schon bessere Karten. Das ist jetzt einfach quasi mal ein Übungsspiel. Die Nacht übernehmen wir einfach mal auf. Wenn er den Deck auswählt. Ach, 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 oh. Ah, okay. Ich habe gewundert, dass du mich noch nicht eingeladen hast. Anduin gegen Garrosh. Das ist jetzt auch nicht wieder mit der Ausführung. Sieg oder Tod. Das Licht wird den Sieg bringen. Ah, da steht auch gut durch. Um das mal kurz zu erklären, dann, ähm, Spiel von dem, äh, von dem Blizzard, ne? Die hat ja auch, äh, Diablo 3 und äh, World of Warcraft gemacht haben und so was. Und, ähm, das ist im Prinzip ein Kartenspiel, ich finde, vom Aufbau ähnlich wie Yu-Gi-Oh! oder irgendwie sowas. Das waren halt so frühere Spiele. Finde ich jedenfalls. Ja. Die Dome, die hat mir noch nix. Ah, ich kenne Kribis-Sister-Mapschen. Ja, ich kenne when you're shooting. Die Dome. Kann man das gewissen, in deinem Bildschirm auch unten, ja, ne? Ja, ja. Ja, ja. Euch angehalten. Szul-Bee. Ja, ich schon nicht. Ehhh... Ehhh... Das Licht? Gute Entscheidung. Für den Kriegsreiften! FÜR DEN KIEGS, HEIFTY! Ehe Häh Häh Ui Tü-dü Hm Ich weiß grad echt nicht, was ich machen soll Äh, 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 ähm Ich mach nix, wenn ich gewöhne, hab ich nen Kriegerfeu geschaltet Glaub ich mach mal gar nix Wer's anders machen würde, wär's Verschwendung Ist jemand verletzt? Ja, ha, 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 Mann! Mag ich nicht Mag ich ganz und gar nicht Oh, ich find's ganz nett Oh, doch, ich mag's Warte Hm Yes Ah, sehr gut Ziemlich gut Na krass, wie ich das andere freigeschaltet hab Nyu Und auch Tü-düm Und ja allen Äh, das hab ich nicht mitgelesen Ja Das ist ne schöne Animation Okay, dann Mal kurz gucken Ich fahr' mich, ob Ich fahr' mich, ob Was glatt' so Ich fahr' mich, ob Fahr' ich nicht Fahr' ich nicht Die Tore sind geöffnet Puh Hau' 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 Sieht doch mal besser Ähm Dann Mal kurz überlegen Er könnte auch den nehmen Jupp Ähh Oh Oh Zu wenig Mahne, um meine Kombi zu spielen Die Tore sind geöffnet Oh 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 Oh, jetzt kann ich mehr kommen in die Spiele Haha In der Sache Oh, ich bräuchte nur ein Oh Einen blöden Mahner mehr Oh Oh Oh, verdammt Oh Oh Was jetzt Äh Grüße Oh Kann ich durch Karten ziehen I love it Ähm Und dann machen wir das so Das Und so dreimal Was sollte ich mir grundlich überlegen Jo Haha Hört sich nicht gerade schön an Ah Oh Geht hinter mir entdecken Maner Ihnen fehlt jetzt Maner Ach, ich hab nur 8 Maner Ah Ist egal Ähm Ich zersprung an Oh Ich zersprung an Jo Keine Ahnung was... Oh Gott Jetzt, warte ich muss mal kurz rechnen Oh Wenn es schon so anfängt Das hab ich verrechnet Das hab ich verrechnet Oh 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 Ich muss mich einfach kieb Oh 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 Uuuuuh. So. Geht auch. So. Habe ich noch eine Waffe an meinem Deck? Nur noch? Ich habe überhaupt keine. Ja, das ist auch Riesa. Ich weiß, es gibt andere gute Fähigkeiten. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern! Habe ich noch 4 Mana? Was, ihr wolle! Ich überlebe das! Oh, weil ich mich gar schnell wieder ansehe. Oh, das ist gut! Ich habe ein riesiges Gewehr! Oh! 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 Oh, ich finde das Heilen sogar fast schon besser. wir müssen den sonnenbrunnen wir müssen die karte aufgespart Oh Gott, ey. Ich suche die Karte, die du am Anfang an beim Krieg warst. Ah, mein schöner Guru Bashi-Bersacker. Ich fliege! Oh, warte. Na, verrechnet? 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 Nein. Schade. Ich nur ein bisschen Schaden. Was wirst du grad sagen, Gliese von der Führung? Ich hab nur eine Karte. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Oh. Ich bin... Da merk ich. Hehehe. Auch nicht so. Ich glaube, ich hab schnell die Lust vergangen. Wirklich? Äh. Ja, scheiße, ich bin nicht mal tot. Du bist tot oder so. Du kannst auch zu flenden. Du kannst nicht mehr fliegen. Ist sie fertig? Wartig. Wenn ich das machen würde. Du kannst nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so glücklich. Da bin ich ein bisschen weg. Ist das am Karn. Ich bin nicht ingehrter. Ich bin nicht mehr so glücklich. jetzt mal ein paar regier freigeschaltet das freut mich doch so damit erinnern wir mal die aufnahmen und dann nehmen wir glaube ich noch eine runde auf ja das ist eine gute idee